Es ist ein Bild der Zerstörung. Ein Tornado hat dieses tschechische Dorf an der Grenze zur Slowakei verwüstet. Dächer sind abgedeckt, an mehreren Stellen sind Brände ausgebrochen. Den Behörden zufolge gibt es mehrere Tote, Dutzende weitere Menschen wurden demnach verletzt. Einige Menschen sind noch unter den Trümmern ihrer eingestürzten Häuser eingeschlossen. Am stärksten betroffen ist das Dorf Hodonin. Das Krankenhaus in der Ortschaft versorgte nach eigenen Angaben knapp 200 Verletzte. In weiten Teilen der Region kam es zu Stromausfällen und Verkehrsbehinderungen.